Schokomoß Pie Schokomoß Pie Hallo und Willkommen bei Kathis Table Du kennst das sicher Es gibt so Renner in der Küche die kommen immer an und dieses Schokomoß Pie gehört dazu Schön, dass du mich heute begleitest wenn wir dieses zubereiten Es besteht aus einem einfachen Keksboden obendrauf kommt das Schokomoß und schon kannst du es in den Eiskasten zum Durchziehen stellen Mein Tipp heute ist zu den Keksbröseln Du kannst sie entweder im Mixer zubereiten so wie ich das mache oder du gibst sie in ein Plastiksackerl und fährst dann mit dem Nudelwalker fest drüber, so lange bis sie schön zerbröselt sind Wenn du sie dann mit der Butter mischt dann sollen sie aussehen so wie feuchter Sand Dann lassen sie sich nachher gut in die Form drücken und mit dem Keksboden Lass uns gleich anfangen und mit dem Keksboden Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018